So, jetzt sind wir wieder da, ne? Ja, ruhig dich mal. Aha. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um, ne? Loch im Boden, auch Loch im Boden. Achso, da ist unsere Kollegin. Na, schauen wir uns an. Haben wir jetzt gelernt eigentlich? Ja. Hoppala. Topper, es soll mehr. Ah. Oh. Oh. Und das schaut aber lieber aus. Hm, die Länge und Vielfalt deiner Compos bestimmt wieviel Zielpunkte... Ja. Ich kann jetzt nicht mit dem Schwert schlagen. Ich verstehe es nicht. Warum? Ja. 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 Es sagt dann, der ist nämlich, oder so? Das ist der Loss. Ich habe ein Popo, eine Idee. Also, er schlägt halt mit dem Schwert, ich weiß nicht, was du willst, ist los? Geht mir das denn mit zum Schlagen oder so? Ich muss den Controller rauspacken, ich muss ihn wieder anschalten. Ja, jetzt geht's wiederum, verdammt. Da, gibt's da irgendwas interessantes? Nope. Hier, von der hier. Da lang, ne? Okay. So, wo wir das haben, ist genau so. So, komm her, da, Kollege Braunschweig. Komm da runter. Zack. Haben wir da was vergessen? Nein. Wo ist die Musik hin? Ich gehe in die Kugel. Okay. Alles klar. Wo muss ich denn entlang? Wo muss ich denn entlang? Wo muss ich denn ein Wegweißer? Hallo? Evenings, hallo? Can you hear me? No? Ah, verdammt. Ne? Da komme ich entlang. Warte mal. Ne. Hier entlang, ne? Genau. 4000 Hammerschilder fast. Lauf ich jetzt wieder zurück, oder was? Ah, ich blick nicht mehr durch. Ah, okay. Da sind wir gekommen. Na, immerhin paar Punkte. Okay. Hier waren wir, also da lang. Okay. Okay. Hoppala. Ach du Scheiße. Hier haben wir andere Seite. Okay. 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 Warte mal. Da kann man eh was machen. Okay. Aha. Siehst du das? Siehst du? Hm? Noch was? Das war's, gell? Sehr gut. Oh Gott. Ich bin eigentlich ein Rätsel gelöst. Ich bin eigentlich ein Rätsel gelöst. Achsss. Ach, tschüss. So. Das war's. Ich bin eigentlich ein Punkt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich schaute noch Falle aus. Herr Kareem, was? Butts, 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 butts! Badass! Kaboom! Da liegt er schon. Sehr gut! Gibt es etwas gratis jetzt auch? Jetzt aber Fulkade. Schade. So schaut es aber hübsch aus. Hoppala! Entschuldigung. Ja, genau. Ja, genau. Das war es ja. Die. Nei. Ja, das war es einfach. Ich bin es jetzt. Ja, du hast da gedacht. Bleib schnell! Feiglich! Wo ist jetzt die? Verdammt! Was ist denn ein Special Monster? Die verschwinden mit der Zeit? Aha! Alles klar! So! Geht es da irgendwo hin? Nein! Was ist denn das da? Was blaues? Nein! Da geht's nicht nur dran! Äh... Nein! Wir sind so lang! Auch nicht! Da ist auch nichts! Ne! Komisch! Oder was ist das übersehen? Nein! Nein! Äh... Auch nicht! Okay! Ähm... Auch nicht! Jetzt bin ich ein bisschen draußen! Da war ja nichts oder? So! So! Da kommen wir nicht rein! Das macht gar nichts! Ist da was? Nichts! Auch nicht! Ihm geht ja nicht weiter, oder? komisch ah da geht es lang ja ist ja gut naja da ist unser kollege hoppala ja 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 untersuchen nie talk das kann man dann da aha ich sag ihr nix ne ich sag ihr nix jetzt ist ein schlechter ne ok waa ok warte mal vielleicht gibt es da drüben noch was ne siehste ja 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 kam schon ein z ja 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 Ah, da machst du halt so Jump Booster. Aha, gut, das nächste Ziel. Wenn du dich verirrt hast, hat er Ls gedrückt. Ziel ausdrückt. Aha, okay. Gipsen, 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 schön, schönes Ding, hau ihn rein. Okay. Da ist nix. Äh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich hab ja keinen Needlock. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Was? Bäh. Das ist so grauslich. Ja, hallo. Hallo. Oh, yeah. Oh, yeah. Apokalyptik. So. So. Äh. Ah, weil ich nicht noch rein. Wo war ich, äh? Was hat denn da meine Zwang? Schauen wir mal da rein. Warum ist es wieder aus? Oh, je. Gipsen. Oh, yeah. Ich geh nicht richtig auf, wie ein... Ich weiß ja nicht, wo aus. Ich bin ja wie ein Zahnverleiter. Wie ist ja geil, wie ist ja geil. Waps. Feathers. So, Nachtschirmen haben wir da. Hä? Ich schaffte da wirklich Spuren, ne? Ähm. Waren wir schon, okay. Okay, dann müssen wir nochmal da rüber. Und das komische Ding da, die Zecke da reinpacken. Die Spalte. Ein bisschen kitzeln. Gille, gille, gille. Bäh. Und schön, Punkte kassieren. Dann, tada. Da. Da geht rein. Da läuft ja nichts geschätzt, ne? Ah. Die sind jetzt kaputt, Alter. Ah, okay. Das wäre so ein Siegel. Ah, Geheimmission. Manche Wände decken Öden und tragen spezielle Muster. Wenn du die positionierst, richtige Winkel betrachtest. Hä? Was ist jetzt da? Hm. Ah. Ah, 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 ah. Good. No. Ja, ich bin jetzt im richtigen Winkel. Alle die Moren töten. Okay. Das wird jetzt heftig. Ja, ich bin jetzt und ich bin jetzt die 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 6 es ist ja geil und es kommt nur richtig ein fragment eines blauer kugel geschafft so jetzt gespeichert aha ich kann das nochmal machen nein okay 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 war durch war nix in der ruhe liegt die kraft wo ist denn da da gehen wir wieder nach oben da geht es nicht nach oben da müssen wir nach unten da geht es nicht nach unten da geht es nach unten die richtung ist ja weiß aber nix kollege das bin ich verwirrt da ist nix okay wahrscheinlich da raus hm ich habe jetzt gericht keinen plan so das haben wir das haben wir ah da waren wir noch okay ich stehe ich stehe ich stehe hat shot badass ich stehe die sehen sie mir noch nicht hätten es gerne ich stehe ich stehe richtig geil aus für uns zu ja ja und sennig okay Hoppala. Ja, was haben wir denn da? Das ist hier die Bohnenstange von Jack, die Bohnen. Episch. So. Na. Mach wieder rauf. Ach Gott. So. Wo sind die Kollegen? Links, rechts, links, rechts. Oh, okay. Na, zurück. Na ja, komm her da. Mach die Meier. Da, er braucht die Punkte da. 17.000 haben wir jetzt schon wieder. Sehr nice. So. Das mit den Zielen, das ist immer noch. So. Was haben wir da? Da blinkt was. Was? Ach. Ach. Das sind die Leute. Aha. Das ist ein, 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 ein... Holt. Da ist ein Spult. Pass auf, dass nicht deine Fäust. So. So, was haben wir da? Da. Eine Pratze. Da ist was blaues. Da ist was blaues. Da ist was blaues. Geil. Ich hab ein Fragment fällt uns noch. So. Sollte mich beeilen. Nein, geh. Ich muss den beeilen. Ich muss den beeilen. Wir müssen ja da, da... Looten und Dings, ne? Schauen. Haben wir ne Zeit, ne? Da kann man ja drauf jetzt, ne? Ne. Leider. Ah, da ist es. Graslich. Hat eh nur mehr Ahnung, ne? Ja, sicher. Bist du dufe, Anna? Ja. Ja, grüß Gott. Das ist ja noch ein Fies aus. So, jetzt gibt es geschnitzeltes Rad, komm ja. Hoppala. So, schönes Ding und Gewing. Oh, da machen wir ein schönes Ding, oder? Kein Auftrag für uns, oder? So, der Sport ist schon wieder bereit für uns, ne? Bist du was? Ja, Punkte. Punktchen gibt es für uns. Gute. So. Einen in den Sport. Um wirklich stimulieren, das Ganze da, ne? Da ist echt klasse. Ja, ja. Kommen wir da, ja. Da. Cash in die Tasche. Ein bisschen rundherum schauen. Vielleicht kommen wir da rauf. Na. Leider. Äh. Ich glaube, ich gehe mal telefonieren. Ja, bitte. Ding Dong. Ich gehe mal telefonieren. Ich gehe mal telefonieren. Das wunderschöne. Ich glaube, ich gehe mal telefonieren. Ich gehe mal telefonieren. Ich gehe mal telefonieren. Ich habe das nicht gekriegt. Das ist das. Ich gehe mal telefonieren. Okay. ok kannst Nikos Transporter rufen oder Kugeln gegen mich aha ja 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 der will mich kreieren anpassen bling bling gaginga gaginga da 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 ba 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 18.000 haben noch was gehabt hm ein Splitter das wird alles sehr teuer glaube ich den haben wir schon äh hallo hm 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 ja nicht schlecht also Telefonzellen müssen wir uns merken da kann man das Mädel holen ich glaube ich musste auch ein bisschen Farmen gehen nach hey hoppala Tatüt und da die Rüttung ist schon da so Oh mein Gott. Ich bin der Wunschluss, dass ich mich nicht so wichtig fühle. Ich bin der Wunschluss, der Wunschluss ist ein Wunschluss, der Wunschluss. Wunschluss! Oh? Du bist? Wie ist das? Ich bin sicher, aber ich habe keinen Rund. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keinen Kugel. Ich habe keine Ahnung. Das ist kein Problem, lass esun da hin. Warten muss man einen Stein schildern? Was ist das nicht? Was hat denn er für ein Mischmaschine da? Goliath, du bist dran! Oder ich? Hoppala! Dande, mach was! Hoppala! Beide! Schau! Schau! Warte! Rück dich! Rück dich, Alter! Wir sehen nichts! Hallo! Ich bin im Bett, der ist Ich bin jetzt in hier, Alter! Das ist ein Erfiane Alter, ich stirb gleich. Warte, kann man da nicht irgendwie... Foto-Modus, genau, den brauche ich jetzt unbedingt. Äh, ne, verheilen, geht das nicht? Ja, ich bin im Arsch. Hm, rote Kugeln. Hm, 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 hm. Haube gar nicht zu viel, ne? Du hast nicht die vorige Kugeln. Hm, okay. Wollen wir Gordon gucken? Ja, muss mal Warn, ne? Ach du Scheiße, ey! Sie sind tot! Ich bin tot! Er ist tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Er ist tot! Er ist tot? Er ist tot! Was ist denn das hier, Flicka? Ah, so, um 5'er. Was ist denn das, Flicka? Der Bluffert ist noch mehr so, oder? Hedge-Dog, oder so, oder? Asche zu Asche, Staub zu Staub Das ist ein Geist, Geist. Was ist das? Das ist das Geist, der Geist der Begegege Das Geist, der sich die Menschen auf der Erde befinden. Das Geist des Menschen, die sich festzuhalten. Das Geist ist ein Geist. Wenn ich weiß, was ich hier alles sein kann? Es geht, ich muss auf das Geist. Wenn das Geist ist, wenn ich mich mit einem Geist geliebte. Ich muss erst einmal die Krifo-Klifot-Klifot-Klifot-Klifot-Klifot Was ist das, was du? Es ist nicht so schlecht, aber es ist nicht so schlecht. Hey, du bist V. Hm? so wie schaut es aus wie abgeschnitten sie haben wir gekriegt 8700 punkte immerhin feichern so so doch so noch mehr Das war's für heute. Ich bin nur ein Foto für dich, aber... ... 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 Das war's für heute. Was ist das? Was haben wir noch Fragen? Was? Was? Was ist das? Das ist das. Ich gehe zuerst. Ich gehe mit dem Weg. Ich gehe mit dem Weg. Ich gehe mit der Krifoten. Ja. Was ist das? Was? Ich gehe mit dem Weg. Wenn du etwas willst, dann sagst du. Ich bin nicht Esper. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ja? Wie ist das mit der kleinen Kiko? Anpassen? Schauen wir mal. Warte, wir haben ein bisschen Cash. Okay. Gibt es dir gratis? Äh. Äh. Komplett. Äh. Äh. Den will ich kaufen. Ja. Mit roten Kugeln kaufen. So. Gib einmal her das Ding da. So. Ne? Mit Schläge. Äh. Kettenhiebe. Äh. Ketten. Aha. Jetzt grüner ich euch mit der Grünstecke durchbauen. Aha. So. Waffen wir auch. So. Die Kiefer mal hier. Ja. Ah. Der hat ja zum Butterfly Clan, ne? Die Frau. Ausrüstung. Set. Set 2. Set 1. Bearbeiten. Aha. Dokumenter. Aha. 2. 2. Objekte. Ja. Blankhugeln. Waffen wir nicht. Nein. Fähigkeiten würde ich schauen. 10.000. Ist nichts billiges. Erlernen. Schöner lernen. Alles da. Die billigen Sachen. Hatte ich sonst nichts, ne? So. 3500 haben wir noch. Wum, 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 wum. Okay. Ja. Ich sag, danke fürs Zuschauen, ne? Das war's mal für heute wieder. Ja. Und rein. Ciao, ciao. Bye.